Die Versorgung liegt in Allahs Hand. Das muss jeder Muslim, Muslim wissen. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وما من دابتن في الارض إلا على الله رزقها. Jede Lebewesen auf dieser Erde wird von Allah, subhanahu wa ta'ala, versorgt. Allahs hier Versorge. Einer der Namen Allahs, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, der Versorger, subhanahu wa ta'ala. Das müssen wir im Herzen tragen. Noch ein Punkt. Es gibt Asbab, Asbab heißt Gründe, wie die Versorgung sich vermehrt. Und es gibt Asbab für die Verringerung der Versorgung. Und das liegt an dir selbst. Ich erinnere mich an die Aussage von Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Und ich glaube fest daran, Alhamdulillah, dass das, was ibn Abbas sagt, ist Hak, ist die Wahrheit. Wir haben es selber auch alle erlebt, denke ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Einer der, beispielsweise, und das ist einer der Gründe für die Verringerung des Rizks, von Rizk, ist Al-Ma'asiyah. Versorgung. Ist Al-Ma'asiyah. Die Sünde. Die Ungehorsamkeit. Ibn al-Qayyim hat das in seinem Buch geschrieben. Das Buch heißt Al-Jawab-Al-Kafi. Al-Jawab-Al-Kafi. Leman s'a'la an Ad-Dawa' al-Shafi'i. Das heißt, das heißt, die ausreichende Antwort für den, der sucht nach heilender, Ad-Dawa' al-Shafi'i, eine der heilenden Medizin. Oder Ad-Dawa' al-Dawa' Ad-Dawa' Die Krankheit, Ad-Dawa' al-Medizin. In diesem Buch hat Ibn al-Qayyim auch darüber geschrieben, subhanallah al-azim, dass die Sünde, die Ungehorsamkeit, beispielsweise, wenn eine Frau sagt, ich ziehe mein Hijab aus, um versorgt zu werden. Hier sie versucht, durch eine Ma'asiyah, durch eine Ungehorsamkeit gegenüber dem Versorger, Allah, Azza wa Jal, der die Versorgung in seiner Hand hat, ihn zu widersetzen, Azza wa Jal, um an seine Versorgung ranzukommen. Wie geht das? Tid. Hier sagt Ibn al-Abbas, r.a. Inna lil-Masiyah, Athar. 5. 5. Die Sünde hinterlässt 5 Spuren. Einst davon, na'udhu billah, sawadun fil-Wajih, Allahumma hafidun, ya Rabbin al-Amin. Schwarze im Gesicht. Dann sagt Zulmatun fil-Qalb. Zulmatun fil-Qalb. Allahumma hafidun, Dunkelheit im Herzen. Haben wir vorhin erwähnt, dass für jede Sünde, die du begehst, ein schwarzer Punkt, ein schwarzer Fleck, fällt auf dein Herz und schwarzt das Herz, wo al-Aiyadu billah, bis komplett schwarz wird. Möge Allah uns bewahren. Dann bildet sich eine Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die das Herz, a'udhu billah, die Vision, wie sagt man das, verhindert. Sodass er die Wahrheit nicht mehr erkennen kann, und die Lüge, also die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Und so, dass er die dann verschiedene, natürlich falsche Befehle austeilt. Al-Aiyadu billah. Dann sagt er, Zulmatun fil-Qalb, also Dunkelheit im Herzen. Dann sagt er, dhu'afun fil-Badan, au wahnun fil-Badan. Was heißt wahnun fil-Badan? Körperliche Schwäche. Kann sein, du bist, Maschallam, Bodybuilder, und du siehst kräftig aus, und Maschall breit im Kreuz, hast du auch. Aber du bist schwach. Du hast nicht die Kraft. Das ist, sagen die Gelehrte, Allah nimmt dir den Mut weg. Hast kein Mut mehr. Aber du mögst uns bewahren. Dann sagt er hier, und das ist der wichtigste Punkt hier, وَذِيقُنْ فِرْرِزْقِ وَذِيقُنْ فِرْرِزْقِ und Verengerung oder Verringerung der Versorgung. Das heißt, die Person, die versucht, durch falschen Mitteln, a'udhu billah, an Versorgung ranzukommen, Allah verringert ihr Versorgung. Allah bestraft diese Person, indem er seine Versorgung verringert. Und Allah subhanahu alaihi wa sallam, hat uns gezeigt im Qur'an, a'zza wa jalla. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Das sind Asbab ziyadat al-rizq. Allah sagt, und da jeniga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ أَطْمَنْ لَهُ وَنْ دِي زَيِّنِقُ oder diejeniga, die Allah fürchtet, natürlich hier kann man taqwa, denn ich sage ich meine Ahle, so fazuch ist zu erklären, weil taqwa und khashjah sa'afah zwei verschiedene Sachen sind. Taqwa und khashjah, zwei Worte. Khashjah ist die Furcht für Allah. Und taqwa kann, manche ulamen sagt, dass sich hüten vor Allah. Wie kann ich mich hüten vor Allah? Indem ich mich vor dem hüte, was Allah verboten hat. Ich baue zwischen mir und das, was Allah verboten hat, das, was Allah subhanahu wa ta'ala azzawajal, eine Trennwand. Ich vermeide es einfach. Wie Allah sagt, وَلَا تَقْرَبُ الزِنَ beispielsweise. Wie denn? Mein Alam hat sehr schön einfache Worte erklärt, sagt beispielsweise, Sina ist auf dieser Straßenseite, du gehst auf der anderen Straßenseite. Vermeid es komplett. So vermeidest du alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, und das ist taqwa Allah, azzawajal. اتَّقِل محَرم Hütte dich vor den Verbotenen. Vermeide sie einfach. Bi-idhnallahi, subhanahu wa ta'ala, dann bist du einer der besten Diener, Allah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, und diejenigen, die sich hüten vor Allah, subhanahu wa ta'ala, das heißt, die Taqwa, Alhamdulillah, die besitzen Taqwa und die fürchten Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلَهُ مَخْرَجَا Allah wird ihm von jeder Blockade einen Ausweg geben. Für jede Schwierigkeit, die du hast, Wallahi, Allah wird ihn Ausweg geben, subhanahu wa ta'ala. Aber die Voraussetzung ist was? Taqwa Allah, azzawajal. Taqwa zu Allah. Arbeite daran, hüte dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, hüte dich vor Sünden, vor alles, was Allah verboten hat, subhanahu wa ta'ala, streng dich an, Allah hat dir etwas versprochen und es gibt niemanden, der sich, der sein Versprechen hält wie Allah, azzawajal. Was macht Allah? Für jeden Problem hast du eine Lösung. Für jede, Alhamdulillah, Blockade ist ein Ausweg und dann sagt Allah, dann noch dazu als Bonus, وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِبُ und Allah wird ihm versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Und das sind die Worte von Allah, subhanahu wa ta'ala. Soll ich jetzt meinen Nafs glauben und Schaitan glauben, der mir sagt, Zündige, begehe eine Ungehazab, kai ta'udhu billah um an Rizqen zu kommen und das soll ich auf Allah mich verlesen, subhanahu wa ta'ala, in Fathhawab Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich glaube, ja, Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, azzawajal. Noch, eine weitere Grund für Rizq und das ist Wallahi l-Azim Haqq. Ich sage, in der Hadeeth von Nura Sallam, مَنَّلَّذِي مَلْ اِسْتِغْفَار جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَنْ كُلِّ ذِيقٍ مَخْرَجَ إِلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّ مَأْتُوبُ إِلَيْهِ Es gibt, Alhamdulillah, es gibt, Al-Muslim, darin steht, wie man Allahum vergeben bittet und das sollte man regelmäßig machen. Das ist ein Problem in dieser Ummah, haben wir. Wir haben keine Disziplin. Diese Regelmäßigkeit. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt guckt, sieht die Krankheit, okay, passende Medizin. Er gibt dir, Maschallallah, eine bestimmte Medizin, aber er gibt dir auch eine Dosis noch dazu und die Dauer, die Dauer der Medizin, wie oft du sie nehmen musst. Wie oft täglich und wie viele Monate beispielsweise oder Jahr. Warum? Weil dann haben wir ein Ergebnis. Heilung. Genauso ist das Problem der Ummah. Er macht ein, zwei Tage, ist der Fahrt und sagt, ich habe nichts gesehen. Nein, sagt der Russerl, مَلَّذِمَا أَلُّزُومِ heißt ständig auf Dauer Allahum vergeben bittet und nicht nur aus der Zunge. Vorsicht, das Herz muss Allahum vergeben. Da erinnere ich euch kurz im Buch Er hat geschrieben über Sayyidina Ali hat gesehen, dass jemand nach dem Gebet ist der Gefahr gemacht hat. Es gibt heute, wir hören, verzeiht mich, bin niemand, niemand lässt sein, inshaAllah, es ist nur als Erinnerung. Sayyidina Ali sei jemand nach dem Gebet der ist der Gefahr gemacht hat. Das heißt, es gibt Wörter, so schnell, dass du nichts mehr verstehst und nichts begreifst, sein Verstand, Allahum schwebt im Universum, sein Herz im Universum, man spaziert in der Küche bei der Familie zu Hause und seine Zunge ist bei Allah. Und das war's. Ich habe Allahum vergeben, ist die Sache erledigt. Nein. Sayyidina Ali guckt den Mann an, sagt, ja Fulam, mach nochmal Estighfar. Der Mann macht wieder Estighfar. Aber wieder auf die gleiche Art und Weise, die nicht richtig war. Dann immer wieder Estighfar. Dann Sayyidina Ali hat den angeguckt, den Satz finde ich sehr schön, subhanallah. Er sagt, ja Fulam, ja Fulam, inna Estighfaraka, jahterju ila Estighfar. Verstehst du? Er sagt, deine Art, wie du Allahum Vergebung bittest, braucht selber Allahum Vergebung zu bitten. Das heißt, das ist falsch. Das heißt, du musst Allahum Vergebung bitten, für die Art und Weise, wie du gerade Allahum Vergebung gebeten hast. Subhan Rabbil Alamin. Nicht jeder, der Estighfar mit der Zunge macht, hat Estighfar bei Allah, subhanallah, gemacht. Das heißt, hier ist Estighfar, Al-Luzum, erst mal ständig Estighfar zu machen, auf Dauer Estighfar zu machen und nicht nur mit der Zunge, sondern mit dem Herzen noch dazu, bis du spürst, dass dein Herz wirklich bedauert und bereut auch die Sünde und stell dir jedes Mal beim Estighfar die Sünde vor, die du gemacht hast, bis dein Herz gebrochen ist für Allah, dass du es soweit irgendwann mal schaffst, bei Estighfar eine Träne zu vergießen. Also, Estighfar, das haben wir gesagt, vermeide die Sünde, dann wird Allah deinen Rizak nicht verringern, inshaAllah. Und er wird, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah den Ausweg geben, von jeder Blockade. Und dann wird Allah, subhanahu wa ta'ala, dich, der vor jedem Problem eine Lösung gibt, für jede Sorge eine Lösung geben, inshaAllah. Und er erleichtert seine Angelegenheiten, und man jattaqillah, jaja'alullah luhu min amrihi yusra. Ajib. Fast Allah sagt, und derjenige, der sich hütet vor Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, Allah, was macht er mit ihnen? Allah wird ihnen in all seine Angelegenheiten einen Weg, eine Erleichterung gehen. Allah erleichtert alle seine Angelegenheiten. Aber, das heißt, die Ulema sagen, die Person, die kein Taqwa besitzt, Allah erschwert seine Angelegenheiten. Allahumma ahfadun, rabbala ala. Das heißt, vermeide die Sünde, fürchte Allah, hüte dich vor Allah, hüte dich vor dem, was Allah, subhanahu wa ta'ala, verboten hat, und halte dich an Istighfar, an die Bitte um Vergebung, wie wir vorhin gesagt haben, dann hast du diese, mashallah, Voraussetzung, hast du diese, diese Früchte von dein Istighfar, man lasi mal Istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Für jede Sorge, die du hast, Allah wird dir eine Lösung geben, inshaAllah. Für jede Blockade ein Ausweg. Und min kulli dhikhin makhraja. Dann kommt, wa razaqahu man haythu laihtasim. Dann wird Allah ihn versorgen, daher, wo er nicht damit gerechnet hat. Es sind nicht genug, subhanallah, Gründe da, wie wir, inshaAllah rabbal alamin, unsere Rizik an unsere Rizik rankommen, dass unsere Rizik sich vermehrt und nicht verringert bidden Allahi azza wa jalla. Dann, ich erinnere euch an eine Geschichte von Hassan al-Basri, rahimahullah. An Hassan al-Basri saß, kommt ein Mann, sagt, ja, Hassan, ja, Aba Sa'id, sagt er, subhanallah, unsere Erde ist betroffen von Dürr. Sag, geh und bitte Allahum vergeben. Halte dich an Istighfar. Deine Sajjahin. Kommt der Nächste, meine Frau gebärt keine Kinder. Halte dich an Istighfar, sagt er zu ihm. Das ist Medizin, ihr wollt Medizin. Er hat nicht gesagt, geh zum Arzt. Hier hast du eine Heilmittel, die islamische Heilmittel. Wallahi al-Azim, Wallahi, subhanahu wa ta'ala, wenn man fest daran glaubt, Allah gibt die Lösung. Und Allah versagt dich. Da ist ohne Zweifel. Dann kam der Dritte und sagte, subhanallah, wir haben kein Geld, wir sind arm. Er sagte, geh und halte dich an Istighfar. Bitte Allah ständig um Vergebung. Ein anderer, der neben ihm saß, hat das mitbekommen, sagte, die Leute kamen mit drei verschiedenen Probleme. Du hast alle drei die gleiche Lösung gegeben. Er sagte, hast du nicht gehört, was Allah sagt? Hast du nicht gehört? Es wurde nur alaihissalam. Er sagte, hast du gehört, was Allah sagt? Istighfar, Rabbakum. Innahu kana ghaffara, subhanahu wa ta'ala. Yursulussama, alaykum midrara. Regen. Wa yamdudkum bi Amwal, Besitz. Wabanin, Kinder. Er sagte, das ist die Lösung, die steht im Koran. Das heißt, wir haben mit dem Sinn in Allahs Buch. Wa nun nizzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaun wa rahma. Laman. Nil-Mu'minin. Das heißt, die Person, die glaubt an das, was im Koran steht, glauben ohne Zweifel, die Yaqin, die Gewissheit zu haben, das was Allah sagt, ist Haq. Ist die Wahrheit. Ich vertraue auf das, was Allah sagt, weil das die Wahrheit ist. Allah sagt, dieser Koran ist Heilung für diese Leute und Gnade und Barmherzigkeit für diese Menschen. Aber nur die, die daran glauben. Aber hier zeigt Allah die Lösung. Bittet euren Herren um Vergeben. Wahrlich, er ist allvergeben, subhanahu wa ta'ala. Ghaffara, ala fa'il fa'ala, das heißt, in übertriebener Form. Allah ist allvergeben. Er vergibt alle Sünden, subhanahu wa ta'ala. Der Kiaso zurück, Allah vergibt. Allah sagt dann, Anna inna Allah yuhibbul awwabin. Wer sind die Awwabin? Aber, Allah liebt, die immer wieder zurückkehren, subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali sagt, das sind diejenigen, die eine Sünde begehen und Ghaja zeigen. Dann wieder Sünde begehen, dann Ghaja zeigen. Allah liebt sie, subhanahu wa ta'ala. Allah ist rahim, azza wa jalla. Da verlieren wir die Hoffnung. Wallahi al-Azim, man darf Allah nicht die Hoffnung verlieren, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt, was macht er, subhanahu wa ta'ala, wenn du Allah um Vergebung bittest? Yusul al-Sama'a alaikum midrar. Allah wird dann auf euch Regen schicken. Von Himmel auf Erde und Regen ist Leben für die Erde. Diese tote Erde, die von Dürre betroffen ist, Allah lässt sie wieder leben. Dann, wa yam dudkum bi amwal, bis aam, Allah wird dich versorgen mit Besitz. Hier, hast du Geld, Besitz, was du brauchst, abdi. Dann, was kommt noch dazu? Wabanin. Deine Frau gebärt keine Kinder. Hier sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, halte dich in Istagfar, deine Frau wird Kinder bekommen. Und wallahi, sowas haben wir in unserer Zeit erlebt. In unserer Zeit, in vielen Fällen, Frauen rufen Ulema an, meine Frau ist Aqr, sie bekommt keine Kinder. Sag, halte dich in Istagfar und Nachtsgebet. Sechs Monate danach, die ruft an, ich bin schwanger. Wer hat das gemacht? Allah az-Sajjah. Welche Mittel? Bitte Allahum vergeben, subhanahu wa ta'ala. Und gehe ich zurück zu der Aussage von Ibn Abbas, radiyallahu anhumma. Da hat er gesagt, auch die gute Tat hat fünf Früchte. sagt Licht im Gesicht, Helligkeit im Gesicht, oder Weiße im Gesicht, das heißt, Allah lässt dein Gesicht strahlen, alhamdulillah. Dann, sagt er, subhanallah, Licht im Herzen. Dann sagt er, körperliche Kraft, Allah gibt dir Kraft, auch wenn du so schmal bist, auch wenn du so dünn bist, wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, lieber Abdullah ibn Mas'ud, als Sahaba ihn gesehen hat, wie er die Palme hochgeklettert hat, seine Beine waren sehr, sehr dünn. Sahaba haben gelacht. Ja, die haben gelacht. Und dann sagt er, lacht über seine Beine, sagt, wallahi, seine Beine sind jaum al-Qiyamah schwerer als Uhud. So viel wiegen sie bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Was macht das aus? Der Iman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhumma. Dann, dann kommen wir zum Punkt, was wir brauchen ist, wasi'atun für Rizq. Und weiter in der Versorgung. Das heißt, Allah azza wa jall erweitert deine Rizq durch die gute Tat. Und wenn du in einem Unglück steckst, dann müssen wir heute wissen, die Lage der Ummah. Sayyidin Ali sagt, ma nazala bala'un illa bidamb wa ma rufi'a illa bidawba sagt, jeder Unglück, der auf diese Erde kommt, ist nur durch eine Sünde heruntergekommen. Und er wird wieder hochgehoben von Allah durch Raya. Das ist mein Nasih an die Ummah. Kehrt zurück zu Allah. Verbessert euch. Wie ein Tabi sehr schön gesagt hat. Aslah ma baynakau 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 baynakau. Dann wird die Lage zwischen dir und Allah. Dann wird Allah deine Lage zwischen dir und den Menschen verbessern. Also die Probleme liegen wo? Bei uns. Ummah Muhammad SAW muss wahrhaftig aufrichtig zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und unsere Lösung, Allahi al-Azim, kann keiner lösen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier ist eine kleine Geschichte von Shariq al-Balkhi, ein bekannter Tabiri. Shariq al-Balkhi, seine Frau sagt, wir können aushalten diesen Durst und diesen Hunger, aber deine Kinder schaffen es nicht mehr. Tu was. Er erinnert sich, subhanallah, an einem Freund. Dieser Freund hat ihm gesagt, egal was du brauchst, komm einfach zu mir. Guck mal, subhanallah. Allah sagt doch im Koran, Abdi, wenn du mich brauchst, bin nah. Stimmt oder stimmt das nicht? Allah ist da. Allah ist nah. Subhanahu wa ta'ala. Warum bänden wir uns nicht zu Allah? Zweifeln wir an Allahs Versprachung, subhanahu wa ta'ala? Möge Allah uns bewaren. Shariq al-Balkhi unterwegs, geht an die Moschee vorbei. Subhanallah. Sagt er, ich mach zuerst zwei Rekat, dann geh ich zum einen Freund. Geht in die Moschee rein, subhanallah, betet zwei Rekat, kurz nach den zwei Rekat ist eingeschlafen. In diesem Schlaf eine Stimme spricht zu ihm, subhanallah, haada min Allah, ru'ya min Allah, und ru'ya is haqqa im Islam. Sagt, ya Shaqiq, tadullu al-Nasa alayya wa tan-sani. Allahu akbar. Allah sagt, ya Shaqiq al-Balkhi, du gehst zu den Menschen und weist die Menschen auf mich darauf hin, darauf hin. Das heißt, du rufst die Menschen zu mir, damit sie mich bitten, wenn sie Probleme haben, wenn sie Sorgen haben und du vergisst mich, das heißt, du gehst mit deinem Freund und vergisst du mich, weil er direkt vorhatte zu gehen. Dann sagt, bin ich aufgewacht nach diesem Ruf und ich hab mir vorgenommen, nicht zu ihm zu gehen, weil ich mir dachte, Allah subhanahu wa ta'ala genügt mir, azza wa jama. Sagt, dann bin ich nach Hause zurückgegangen, sag, wallahi, mein Freund, den ich vorhatte, zu ihm zu gehen, war bei mir zu Hause und hat mehr gegeben, als ich verlangen wollte. Wer ist der Gebende? Allah, auf ihm allein musste die Ummah sich heute verlassen. Ad-Dua. Es gibt einen anderen, viele Geschichten, das war von Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, Sa'id ibn Jubair, ist sehr bekannte, Tabi'i, mashallah, der vom Chajjaj ibn Yusuf gedötet wurde. Sa'id ibn Jubair war bekannt, dass seine Bittgebete erhört werden bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eines Tag und er hat einen Haan, dick, dick, ein Haan bei sich zu Hause, der immer subhanallah ihn zum Gebet weckt, Nachtsgebet weckt, durch diese Geräusche, die er macht, diese Töne, die er macht. Wie heißt das auf Deutsch? Chayrinshamel, jeder weiß, was ein Haan macht. Tarih sagt, eines Tages, eines Nachts hat dieser Haan subhanallah ihn nicht geweckt. Dann Sa'id ibn Jubair sagt, qata'allahu sautaka. Also wenn der Haan er kreit jede Nacht, subhanallah, aber in dieser Nacht hat er es nicht gemacht, so dass Sa'id ibn Jubair nicht nachts aufstehen könnte, um Qiyamul Layl beten zu können. Dann ist Sa'id ibn Jubair sauer geworden, sagt, qata'allahu sautaka. Das ist so ein spontaner Dua. Möge Allah dir deine Stimme nehmen, so ungefähr. Und subhanallah sagt, die Frau von Sa'id ibn Jubair sagt, ab dem Tag hat dieser Haan nicht mehr gekreht. Wie kreht heißt das? Ab der Sa'id ibn Jubair sagt, wir haben ihn nicht mehr gehört. Dann sagt die Frau von Sa'id ibn Jubair zu Sa'id ibn Jubair, du darfst gegen keinen mehr Dua machen. So stark sind die Leute damals gewesen im Dua zu Allah subhanallah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt mehrere Geschichten subhanallah al-adim. Ich weiß nicht, es gibt sehr viele Dua, sehr viele Geschichten. Aber man hat es spontan gesagt, vom Herzen. Aber das ist ein Beweis, dass ein Bittgebet erhört wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt so viele schöne Geschichten, das heißt, Allah ist nah, Allah ist da. Ruf zu Allah subhanahu wa ta'ala. Man sagt Das Bittgebet ist die Waffe des Mu'min. Stimmt? Das heißt, das ist zwischen dir und Allah. Du brauchst nur die Händen hochzuheben zu Allah. Richtiges Essen, gutes Essen, Halal Essen. Wende dich in der Zeit, es gibt Zeiten, wo Allah die Bittgebet erhört. Mach richtig Wudu, mach dich richtig zum Gebet. Geh zwei Raka'at beten im Sujud, im Niederwafung. Wir haben heute so viel Mittel von Allah, aber wir vergessen sie oder wir vertrauen nicht darauf, subhanallah. Und das ist Gefährlich, das ist Zweifel. Und das kann den Mu'min sogar fast aus dem Islam rauswerfen. Möge Allah uns bewahren. Kein Zweifel, das muss mit Gewissheit verrichtet werden. Ur ibn al-Zubayr, das ist der Sohn von al-Zubayr ibn al-Awam radiyallahu an, sah wie ein Mann betet und das ist der Fall von vielen Musliminnen heute leider. Möge Allah sie bewahren. Er sah, wie er das Gebet so pickte wie ein Haar. Das heißt, im Sujud ganz schnell runter und wieder hoch. Ur ibn al-Zubayr, nachdem der Mann fertig war, geht zu ihm und sagt, oh, man sagt, da hast du nicht einen Wunsch, denn du Allah fragen willst. Willst du nichts Allah fragen im Sujud? Das heißt, du bist gerade an der Kwelle. Du verpasst vieles. Du bist bei Allah und der Sallam sagt, aqrabu ma yakounu al-abdu marrabbihi wa huwa saajid fa akthiru al-dua aukama qala sallallahu al-Zubayr. Das heißt, der Diener Allahs ist im Sujud am nächsten zu Allah. Am nächsten. Du bist am nächsten zu Allah oder am nächsten zu Allah. Sagt der Sallam, dann häufig die Bittgebete. Dort ist eine Stelle, an der Allah subhanahu al-Zubayr zuhört und Allah seine Bittgebete erhört. Hast du Probleme? Hast du Sorgen? Anstatt zu einem Bruder zu gehen und klagen, klagen, geh doch zu Allah. Allah hört dir zu. Und subhanallah sagt, ibn Adam in sa'altahu jagdabu wa allaha in lam tas'alhu jagdabu Subhan Rabbil Alem. Sagt der Sohn Adam, wenn du ihn einmal fragst, zweimal, dreimal, er wird irgendwann mal sauer sein. Er hat keine Lust mehr. Aber Allah, wann wird Allah sauer? Erst wenn du ihn nicht fragst, wird Allah sauer. Allah wird erst sauer, wenn du ihn nicht fragst. Allah will deine Bittgebete hören. Und wenn Allah noch an Nasirah an meine Geschwister, insha'Allah, wenn du Dua machst, wenn du Allah bittest, weil warum er jetzt über Dua ist auch ein Grund für die Versorgung. Wenn du ständig Dua machst. Die Ulema haben ein sehr schönes Beispiel gegeben. Dieser Beispiel ist wie ein Baby, der weint. Seine Mutter ist gerade beschäftigt mit etwas anderes. Er weint. Er will auf irgendwas drauf aufmerksam machen. Stimmt? Er hat Hunger. Er hat Durst. Er weint. Er weint, bis sie alles liegen lässt und geht zu ihm und stillt ihn. Dann ist er zufrieden. Genauso bei Allah. Sagen die Ulema, müssen wir bei Allah weinen. Weinen. Weinen, wie das Baby so oft weint, bis die Mutter ihn stillt und ihn zufrieden stellt. So weinen wir bei Allah. Weil jedes Mal, jedes Mal, wenn du weinst und Allah bittest, klopfst du an die Tore des Himmels. Du bist am Anklopfen. Natürlich, das muss mit Demut sein. Das Herz muss sich zu Allah wenden. Du klopfst in den Toren des Himmels. Bei wem? Bei Allah. Und Abid Darda sagt, derjenige, der ständig anklopft im Himmel, es steht kurz bevor, dass die Tore sich für ihn öffnen. Verstehst du das? Gebe nicht direkt auf. Und da gibt es ein Hadith, die sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einen Menschen liebt und der bittet Allah ständig, Allah gibt dir nicht direkt seine Sache. Warum? Weil Allah dich hasst? Nein. Denke nicht so von Allah azza wa jalla. Denke niemals so von Allah subhanahu wa ta'ala. Ahusnu dhannet man das. Das ist gutes Denken von Allah azza wa jalla. Allah gibt dir noch nicht. Warum? Nicht, weil er dich hasst. Nein. Allah sagt zu Jibril, ja Jibril, erledige noch nicht seine Sache. Ich liebe es, seine Stimme zu haben. Was für eine Ehre ist das? Dass Allah deine Stimme hören will. Und dann später kriegst du deine Sache. Und wenn nicht, kriegst du etwas Besseres von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn es sich hinaus zögert, die Antwort wird kommen, weil Allah es versprochen hat. Allah hat es versprochen, subhanahu wa ta'ala, zu antworten. Und niemand hält sein Versprechen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Also bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt so viele, wallahi, schöne Geschichten, subhanallah al-azim, die, es gibt einen Mann, der war ein Götzenanbeter. Und dieser Mann, a'udhu billah, er macht tawafum sein Götzen. Und natürlich, der ruft, ja Sanam, Sanam ist ja das Wort für Götzen, a'udhu billah, ja Sanam, gib mir das, ja Sanam, versorge mich, ja Sanam, heile mich, ja Sanam, a'udhu billah, und es gibt ja einen Fetra in den Menschen. Die menschliche Veranlage. Fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Mann, subhanallah, aus Fehler, wegen der Fetra, die in ihm steckt, er sagte, ja Sanam. As Sanam, hu aladhi tasmudu ilayhin nasli qada'i hawa'iji. As Sanam ist Allah azza wa jalla. Was heißt Sanam? Das heißt, Allah ist derjenige, zu sich alle Geschöpfe wenden, damit er ihre Angelegenheiten erledigt. Hu al-Samad, wir lesen oft, qull wallah wa haddallahu samad, wir verstehen sie nicht. Genau. Das alles ist von ihm abhängig, und das wissen die Menschen, deswegen müssen sie zu ihm, subhanahu wa ta'ala, weil sie wissen, dass er die Angelegenheiten erledigt. Azza wa jalla. Aber viele wissen es, wissen es, aber wissen es eigentlich nicht. Das sie wissen es mit dem Kopf, aber sie haben keine Gewissheit und Überzeugung. Darüber war al-Aiyadu billah. Der Mann aus Versehen sagt er, ja Sanam. Allah sagt, labbayka abdi. Und das war Zeit von Musa, Musa sagt, ja Rabb, er hat das aus Versehen gesagt. Er meint dich nicht, ja Allah. Allah sagt, gibt es einen anderen Samad, der antworten wird außer mir? Allahu akbar rabbal al-alamin, subhanahu wa ta'ala. Also liebe Geschwister, wendet euch zu Allah. Inshallah, vielleicht wenn Allah will, subhanahu wa ta'ala, werden wir, inshallah, ein Ders machen über das Bittgebet im Islam. Ausführlich, mit schönen, wahren Geschichten im Islam, damit wir daraus lernen. Wallahi al-Azim, und ich schwöre über Allah, aziz wa jala. Letzter Drittel der Nacht, aufstehen, Tränen vergießen, Allah löst alle eure Probleme. Sucht nicht, a'udhu billah, die Lösung in der Ungehorsamkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, denn damit erweckt man nur den Zaun Allahs, und Allah bestraft dann, a'udhu billah. Und eins muss man auch verstehen, wenn du als Muslim wenig von Allah bekommen hast, heißt nicht, dass Allah dich hasst. Nein. Und wenn du siehst, dass Allah jemanden gibt, der vielleicht kafir ist, oder der ein ungehorsamer Diener ist, und du siehst, Allah gibt ihm viel Dunja, denke nicht, dass Allah ihn liebt. Wir haben andere Maßstäbe im Islam. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallam. Wenn du siehst, das ist nur eine Erinnerung von meinen Geschwistern, damit die nicht aufgehen. Wenn er sieht, Allah, subhanahu wa ta'ala, den Ungehorsamen für seine Sünden das gibt, was er liebt, dann glaubt nicht, dass Allah ihn liebt, sondern das ist eine Abstufung für ihn. Das heißt, Allah, subhanahu wa ta'ala, gibt ihn, damit er weiter daran glaubt, dass Allah ihn liebt. Er sagt, ich mache ja Sünden, Allah hat mich nicht bestraft, sondern er gibt nur das, was ich liebe, das heißt, Allah liebt mich, also ich mache weitere Sünden, und er vergisst aber, je weitere Sünden er macht, desto mehr Strafe erwartet in den Jau mal Qiyamah. Also, liebe Geschwistern, schau Allah, wenn ihr nicht wisst, fragt, alhamdulillah, rabbil al-almin, und möge Allah immer uns, subhanahu wa ta'ala, die passenden Antworten geben. Wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, und bin al- moderne. Vielen Dank.